Freitag, 19.06. Heute beschlossen wir, Mittsommer unter Männern zu feiern. Wir besorgten für uns fünf, insgesamt zehn Flaschen Wodka, zwei Kästen Bier und zehn Fleischwürste. Christian war schon weggetreten, bevor wir überhaupt am Ziel waren. Er hatte schon am 1. Mai mit dem Saufen angefangen und war inzwischen so platt, dass er unterwegs mindestens dreimal einschlief. Als wir ankamen, stellten wir das Bier in den See und heizten die Sauna an. Wir hatten vor, die Babyschenkel, also die Fleischwürste, auf den Steinen des Saunaofens zu grillen. Die Wursttüte stand auf der Veranda, wo Christian mit seinem reichlich 100 Kilo Lebendgewicht stolperte und seinen breiten Arsch mit voller Kraft auf unsere Würste platzierte. Die wenigen, die danach noch bereit waren, Wurst zu essen, mussten sich mit bummerangähnlichen Dingern zufriedengeben. Fleischwürste werden erstaunlich platt, wenn man einen 100 Kilo Elefantenhintern draufknallt. Wir waren alle ziemlich abgefüllt, als wir auf die Idee kamen, dass wir ein eigenes Johannisfeuer brauchen. Wir zogen los, um Holz zu sammeln. Als wir durch den Wald streiften, stieg uns ein seltsamer Geruch nach brennendem Plastik, Gummi und Benzin in die Nase. Vom Nachbargrundstück dröhnte Christianske Gröle. Scheiße, der verbrannte gerade das neue Glasfieberboot des Nachbarn, samt Motor und allem drum und dran. Kurz darauf knallte es fürchterlich, als der Benzintank des Bootes explodierte. Ein verdammt teures Midsommerfest. Samstag, 20.06. Als wir wach wurden, waren wir alle teufelisch geil, aber es gab weit und breit keine Frau. Wie wäre es, wenn wir uns in dieser Notlage gegenseitig ficken, schlug Christian mit todernster Miene vor. Ich als Größter streckte ihn mit einem Kinnhaken nieder. Dann fingen wir an, bei verschiedenen 24 Stunden Massageservices anzurufen. Wir zählten unser Geld und stellten fest, dass wir uns eine gute oder fünf preiswerte Masseusen leisten konnten. Wir entschieden uns für fünf preiswerte, denn bei einer würde es doch nur Streit geben. Nach einer Stunde fuhr ein Großtaxi vor und wir eilten freudig erregt herbei, um die Damen zu empfangen, die uns Erleichterung bringen sollten. Unbegreiflich. Die Jüngste war vermutlich um die 50 und alle waren verflucht fett. Und sie sprachen nur Russisch. Trotzdem beschlossen wir, mit den Russenweibern in die Sauna zu gehen. Vielleicht würde das die Lust anheizen. Meine Braut hatte so große Titten, dass sie sie nach hinten über die Schultern legen musste, um sich den Bauch zu waschen. Ich muss zugeben, dass mir Christians Homo-Idee auf einmal ziemlich sympathisch war. Nach mir schleppte jeder seinen Schatz in seine Keminate und tat, was er tun musste. Meine Romanze war zu Ende, bevor sie überhaupt angefangen hatte. Tatjana hielt sich für unglaublich sexy. Sie zog irgendwelche Dessous aus der Sowjetzeit an und wackelte dermaßen mit ihrem gewaltigen Arsch, dass die ganze Hütte schaukelte. Es handelte sich vermutlich um ein erotisches Vorspiel. Aber ich rannte raus und kotzte. Dann dachte ich mir, wenn ich schon dafür bezahle, muss ich die Sache auch erledigen. Ich versuchte, auf den Berg zu steigen. Doch da fing Tatjana urplötzlich an, mich teuflisch fest auf den Hintern zu schlagen. Auf dein Porf viel Mucken, erklärte sie. Ich kann es sowieso nicht ab, wenn mir jemand mitten im Akt auf den Arsch trommelt, als wäre er eine Pauke. Und bei einer hundert Kilo schweren russischen Hure schon gar nicht. Ich ließ sie mit ihren Zündkerzen großen Nippeln und den Mücken allein, zog mich in eine ruhige Ecke zurück und soff, bis ich einschlief. Und bei einer hündung ist das für Mücken. Vielen Dank.